Es gibt aber 3,5,5... Es gibt aber 3,5,5,5... Ich hab wieder viel über Druck abgedacht. Was? Ja, die gab es als Gino 3 und dann hat es die Nachbar. Nee, 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 ich suche eine 30,53... Uuuuh... Also normal... Ja, als Sie... Ne, die hab ich doch auch... Aber nehmen die doch so lange. Weil sie nicht so zermachelt ist. Ja, stimmt. Du siehst, wie alt sie ist, weil die ist durch Kinderhinder gegangen. Ja. Also durch deine Kinderhinder. Ich würde mal behaupten, sie dürfte so 30, 33 Jahre alt sein. Warte schon mal so... So hart drauf, echt? So hart drauf, die hat echt den Spielbetrieb hinter sich. Den Schleif hab ich jetzt weggeschmissen. Die haben jetzt getauscht. Von den Akten drin, da würde ich mal mit dem Latzschiff drüber gehen.